das habe ich mir gekauft jetzt wo ja die ist auch weg diesmal ist die Fristischen aber ich habe zu wenig Moni und die Welt über die Schilden Lanzi ist mit der Pistole wo man kann welchen Löffel kommen in die Krippe kosten die Kripper ist gar keine S&G oh mein Gott ist komisch oh die ist eigentlich auch nice diese wirklich effektiv gegen nackt der Hautkant Epic Fail Epic Fail weißt du der SMG hier hat eine Feuerrat von 8,3 meine Pistole hat eine Feuerrat von 9,0 Epic Fail ich überleg gerade ob ich die kaufe die SMG äh was ist denn nochmal der Schaden oh 8 71 und 13,90 ja 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 kaufe ich ja so Klipper weg soo die SMG kommt hier jetzt täschte ich die mal aus ich brauche jetzt SMG Munition schlecht joo na joo ok let's go das shoppen dauert bei mir immer so lang joo aber nicht so lang wie bei äh manch anderen juhu da sind die wieder ach der Welt sind wieder beschossen das ist natürlich wenigstens sind die nicht aus dem Lager der Unbesiegbarkeit gestört was 3 Jahr klar hinter mir kommen Moment mal ich bin auch das nicht ich bin irgendwie bescheuert die Klippe hatte doch Brandschaden ich habe keine Mäne mehr ah ok mein Theorie war richtig sobald meine Waffe hat eine neue die Klamotten die Klamotten auch im hohen er macht sich Geld mit der kann auch gut zielen du bist nur hier ist ein paar keine Klassifizierung für den sie hat trotzdem noch gut genug durch mehr gerade ich habe um meine Kompetenz für Kenntnis auf Level 1 schon gebraucht und da wird dadurch 6 Prozent mehr Nachwanderung ich habe meine Pistole Kenntnis auf 1 ich habe auch 6 Prozent das Problem ist nur HH ich benutze keine Pistole mehr Läden haben und in der Karriere zu Wort gekauft er hat ich hätte und wenn wir können wir ihn nicht nur weil wir gelacht werden oder in dem und nach dem gut oder auch was natürlich auch möglich wäre dass das wir uns jetzt gekauft haben das wäre dann weg gewesen hätten uns dann gar nicht mehr kaufen können wenn es nur so hier nehmen von 9 da wo auch nur ein Schuhen ist weg wie soll ich jetzt ist die Munition gekriegt das auch verarschen wir sind die Munition und aber auch ein Schuss in den Weg wird die Doppelskreis da ist das das ist aber die Welt die der Schichtel und Geld 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 zuerst mal Geld gekriegt von den glaube ich oder so wenn ich zum ersten Mal war ist ja ja passiert hier auf 50 Dollar ist auch viel da ich hab schon sagt mich hat schon volle Munitionsfüß SMG die Gründer ja ich hab 28 Minuten im Magazin und 63 Reserven ich kaufe mir gleich ein Munitionspack wenn er wirklich SMG war und nicht Pustole oder so ich kann noch mal gucken ich geh jetzt noch mal gucken und drück mal um Knopf oh oh vielleicht muss ich mich ein, muss mich ein nein egal aber ich glaube das war wirklich Pustole kann ich mir nämlich eigentlich nicht vorstellen so und das war der Zahl 63 ja jetzt wieder alles schwarz und weiß und komisch naja das war wirklich immer wieder hier die Stadt in der Sachen kaufen ja ich überlege gerade ob ich es wird die Lehmann-Springen umgeheben steinern und so ist Kapazität einer SMG 540 ich glaube nicht dass ich schon die maximale ähm Magazin errichtet was sagt denn das war ein Datenschreiber 3 3 3 3 3 ja 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 stimmt die Wahl ist vor allem erinnert mich noch dran ein bisschen ja die ich hab die nie alle gefunden vielleicht war die Unruhe ich hab die ich hab die auch zu vermeinten in dem ich im Raum gelaufen bin weil wir sind und werden die Welt nicht so gut groß L sind ja die neuen Waffen ist so leicht ja toll ist kommen die auf uns zugestimmt das kann ich nicht mehr so kein Problem nicht mit dem morgen das gar kräfte wieder der Welt herr und holen Prozent sie ich müsste treffen ja wenn du die zuerst erledigt und auch noch schüsse ohne Ende ich habe eine Herausforderung abgelaufen nur die übrigen Schülfung also das wird ein Schild aufgehoben das sind für 71 3 das ist genau der den sieben erst gekauft hat und wenn ich gewohnt zum Beispiel was soll ich sehen ja hier nebenan ich nicht okay so Koldo ist er und das ist eine Bequire die Sendung ist ist das ich höre ich will auch manchmal selbst also mich jetzt jetzt nicht aber ich weiß nicht ob sie zu scharste so dahinten sind stext der arm ich habe mich vorhanden hier macht doch ein Maul auf erhebt auch stark so gut nicht so gut nicht er nicht gut auch mann warum warum war das jetzt kein Hedge o ich brauchst eine Person aber so was von dringend nur drei Schuss ach der ist gut Rui war ich mit meiner super treffend ja die hohe ist nach der Bekämpfung ist es in der Zerwahl dann auch schon in der Aufforderung bekommen schiefen und erlegen nun lasst das sein Felix Arsch Arjen erinnert mich auch noch mal wie kann man nicht direkt hoch ja jetzt habe ich genug Militär für den SMG Alten 26 ist nämlich so ein Rat wird man aktivieren muss ja man kommt und nicht gleich weiß aber auch schon da dass man nicht auf den Reifen hier rechts rum geht aber immer noch mal wieder ein paar Faktoren für hier schon wo es reicht müssen da oben du läufst weg um los zu den Kursen die Welt einer Weg was ist das für ein Ding Morte Mauer das man alt ist und das gehört das ist das was gewonnen hat nur 60 Kapazität Hallo voll schlecht Rolf Ach da sind wir wieder Spucker Spucker sind böse, die ziehen ja viel ab Aua, ganz mal sein lassen Und spuk ich dich mal an Kamerad Aua Hust du aufpassen, wenn der dich abspuckt hat, hat er verloren Dann nachher kommst du fest in die Tür Was? Glaub ich bin irgendwo hingelaufen Ich bin irgendwo hingelaufen Tolles Spiel Können die da nicht nur in Sichtbarwand machen Na dachte ich manchmal auch hier Geht doch lang Toll jetzt lag der Munition alles nicht konnte ich auch sagen Oh, freut mich Oh, das war ja mehr wie ein Spucker statt Schatten getan Werken die also unser Mg Die können da tatsächlich nicht drüber spucken Wo war ein kleiner Sock Wohl 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 Wir müssen zers die Wohl Wohl 8 8 okay das sind dahinten der tündigen auch normal ausgült das ist klar Oh, das ist geil, ist doch der Typ, der mir tönt. Sie sind getrafft. Ja. Oh, 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 der kann weit weg.